Der Bundeskanzler, ja, sagte immer testen, ja, muss man so viel testen, ja, testen, 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 ja, 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 testen, 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 ja, jetzt hat er uns was in Abas gemacht, ja, ja, der Nachbar hat er nur vier Euro bezahlt für ein Tester, ja, und wir zahlen sechs Euro, uiuiui, ist das ein Unterschied, ja? Ja, das sind so viele Millionen, ja, die wir mehr bezahlen müssen, ja, außer, außer das Nachbarland, ja, hat der Bundeskanzler sich vorher gewagt, doch, ja, ja, warum müssen wir mehr bezahlen, ja, außer, außer das Nachbarland, doch, ja, dann machen wir mehr an, testen, ja, testen, 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 ja, das kostet ja so viele, ja, Ja, warum sollen wir uns testen, ja, ich frag mich, wie er wirklich, ja, warum sollen wir uns testen, ja, immer wieder testen, ja, seh ich gar nicht ein, auch, ja, Ja, weder bin ich krank, oder bin ich krank, hundertmal testen, macht mich vielleicht auch noch krank, ja, 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 Ah, das ist ein Amazing-Ward!